Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Frage, was ist überhaupt die Eigenkapitalquote? Dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr jetzt machen, indem ihr unseren Kanal abonniert für mehr Börsenwissen, gerne in die Playlists rund ums Börsenwissen vorbeischaut. Jetzt würde ich sagen, geht es aber direkt los mit der Definition. Was ist die Eigenkapitalquote überhaupt? Und dann gucken wir uns später die Details an. Und bei der Definition ist es eigentlich relativ einfach, denn die Definition der Eigenkapitalquote ist, ihr guckt euch an, welches Verhältnis hat das Eigenkapital zum Gesamtkapital. Die einzelnen Begriffe haben wir euch bereits schon in anderen Videos erklärt. Dementsprechend gehen wir da jetzt nicht mehr konkret drauf aus. Ihr müsst also dementsprechend einfach hier berechnen, wie viel Anteil hat das Eigenkapital am Gesamtkapital. Also wie groß ist der Anteil des Eigenkapitals, wie groß das Fremdkapital und daraus könnt ihr dann das Gesamtkapital berechnen. Letztendlich ist es hier eine hilfreiche Kennziffer für Anleger, denn man weiß, wie viel Geld zum Beispiel in dem Unternehmen drin steckt, wie viel Geld zur Verfügung steht und wie viel Geld natürlich auch durch zum Beispiel Schulden in das Unternehmen reingekommen ist, durch Kredite, die aufgenommen wurden. Und dementsprechend kann man hier häufig auch ablesen, wie neu ein Unternehmen noch oder wie verschuldet ein Unternehmen ist, was dann meistens Rückschlüsse darauf ziehen lässt, wie erfolgreich ein Unternehmen in der nächsten Zeit sein wird beziehungsweise welche Investitionsvisionen ein Unternehmen hat. Also hier eine Kennziffer, aus der sich wieder sehr wichtige Dinge interpretieren lassen, die für Anleger natürlich sehr relevant sein können. Je höher diese Quote ist, dementsprechend ist natürlich auch höher das Eigenkapital und dementsprechend hat man weniger Fremdkapital. Das heißt, was ich gerade meinte, letztendlich je höher die Eigenkapitalquote ist, also der Anteil vom Eigenkapital am Gesamtkapital, desto höher wisst ihr dann auch, ist das die Quote und dementsprechend ist das Fremdkapital geringer. Das heißt zum Beispiel, es gibt nicht so viele Schulden, die das Unternehmen aufgenommen hat. Wie immer, wir haben uns natürlich riesig vor, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, gerne abonnieren, gerne in die Links in der Videobeschreibung reingucken. Jetzt würde ich sagen, geht es aber noch schnell weiter mit den Details. Und dementsprechend hatte ich es gerade schon angesprochen, eine sehr niedrige Eigenkapitalquote deutet eine hohe Verschuldung an. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein einfaches Mittel für den Investor zu gucken, okay, wie kann ich das Risiko beurteilen? Dementsprechend findet hier die Risiko-Evaluation statt. Das heißt, ihr beurteilt, okay, und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Und ihr seht, heute geht es um die Frage, was ist überhaupt der Gewinn? Was versteht man unter dem Begriff? Und was bezieht sich da alles auf die Börse? Und da würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir direkt mit dem Video. Ihr seht, wie immer ist es zweigeteilt. Wir gucken uns erst die Definition an. Was ist der Gewinn überhaupt? Dann gucken wir uns die Details an. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video mit der Definition. Und der Gewinn ist letztendlich erstmal eine aussagekräftige und wichtige Kennzahl zur Profitabilität von einem Unternehmen. Das heißt, anhand dieser Kennziffer könnt ihr sehen, okay, wie profitabel ist denn das Unternehmen? Wie viel Gewinn wird erwirtschaftet? Wird überhaupt Gewinn erwirtschaftet? Das heißt, es kann ja auch Verlust geben. Also, wenn eine negative Zahl ausgewiesen wird in der Bilanz, ist es natürlich etwas Negatives, dementsprechend aber auch eine aussagekräftige Kennziffer, weil ihr dann wisst, okay, dieses Unternehmen hat eventuell Probleme, investiert vielleicht mehr, als es ausgibt. Das können verschiedene Schlüsse sein, die ihr hier interpretieren könnt. Aber erstmal eine sehr wichtige Kennzahl, an der ihr ablesen könnt, okay, was bedeutet denn die Erfolge des Unternehmens in letzter Zeit? Spiegelt sich das auch monetär wieder? Haben die so ein überschüssiges Geld, was sie investieren können, was sie zurücklegen können? Das hier eine ganz wichtige Kennziffer. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass ihr eine Relation zwischen Gewinn und Umsatz herstellt. Das heißt, der Umsatz sagt euch erstmal nicht aus, wie profitabel ein Unternehmen ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel große Unternehmen wie Netflix oder auch ganz lange Spotify, aber auch Amazon, die riesen Umsätze haben, aber einen relativ geringen Gewinn beziehungsweise sogar Verlustgeschäfte machen, weil sie enorm viel Geld investieren oder weil ihr Kerngeschäft gar nicht so profitabel ist, weil sie eben so viel einsetzen müssen, um diesen riesen Umsatz zu generieren, dass der Gewinn am Ende nicht gut ist. Und das kann für euch zum Beispiel als Aktionäre heißen, okay, ich investiere jetzt lieber nicht, weil ich sehe da nicht das Gewinnpotenzial. Ich sehe, dass das Unternehmen nicht profitabel genug ist und dementsprechend ist es für mich nichts. Das kann aber natürlich auch sein, dass ihr in das Unternehmen vertraut und denen sozusagen zutraut, diese Verlustgeschäfte positiv umzuwandeln. Dementsprechend ist es aber auch wichtig, dass die Dividende eines Unternehmens stark damit zusammenhängt, wie ihr sozusagen, also was ihr ausgeschüttet habt, hängt meistens stark damit zusammen, welchen Gewinn das Unternehmen überhaupt erwirtschaften kann. Das heißt, hier seht ihr ganz klar, okay, wenn ein relativ hoher Gewinn ausgeschüttet werden kann beziehungsweise wenn ein relativ hoher Gewinn erwirtschaftet wird, dann führt das meistens auch dazu, dass Geld an die Aktionäre weitergegeben wird. Das ist natürlich jetzt rein auf die Börse bezogen, findet sich aber natürlich auch im privaten Bereich wieder. Unternehmen, kleinere Unternehmen, aber auch größere Unternehmen, die noch im Familienbesitz sind, schütten meistens an einem Tag im Jahr Geld an ihre Hauptbesitzer sozusagen aus. Dementsprechend ist das die Gewinne, die erwirtschaftet werden, dann weitergegeben werden. Kurze Pause, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast auscheckt, auf Instagram mal vorbeiguckt, gerne auch unseren YouTube-Kanal abchecken. Einfach mal in die Links in der Videobeschreibung gucken, würde uns riesig freuen. Jetzt würde ich sagen, geht es aber direkt weiter. Wir gucken uns jetzt nämlich nochmal die Details an und da ist ganz wichtig, dass das Ganze auch häufig EBITDA genannt wird. Das heißt, es heißt konkret Earning Before Interest, Taxes and Depreation. Dementsprechend, das heißt vor Abschreibungen, vor Zinsen, aber auch vor Steuern. Das ist eine ganz wichtige Kennziffer, denn ihr müsst wissen, von diesem Gewinn geht natürlich noch einiges ab. Das also im Hinterkopf behalten, wenn man die Kennziffer des EBITDAs hier unten anguckt. Im Vergleich dazu der operative Gewinn, der lediglich Before Interest and Taxes beschrieben wird. Das heißt, hier werden die Abschreibungen rausgenommen. Dementsprechend ist es meistens eine weitaus klare Kennziffer, da sie hier wirklich ganz klar anspricht, wie der Gewinn sich sozusagen gestaltet. Und ihr wisst, okay, wir müssen nur noch die Zinsen abrechnen und die Steuernabschreibungen werden dann rausgenommen. Und das ist meistens eine Kennziffer, die für euch übersichtlich ist. Hier also dieser kleine Unterschied zwischen EBITDA und EBIT. Und letztendlich habt ihr damit dann auch den Jahresüberschuss. Das heißt, der EBIT meistens aussagekräftiger, weil ihr das Ganze nur noch von Steuern und Zinsen befreien müsst und so dann den Jahresüberschuss eines Unternehmens berechnen könnt. Das soll es aber dann gewesen sein von diesem kleinen Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Dann soll es das gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da. Unterstützt uns dann keinen mit einem Like oder nur einen Kommentar unter diesem Video. Gerne könnt ihr auch auf unserem Podcast, auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, war es das. Haut rein und ciao. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Frage gehen, was ist überhaupt Eigenkapital? Dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr am Start bleibt. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit neuem Börsenwissen. Und dementsprechend lasst gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Ihr wisst, bei uns wird es immer zweigeteilt. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, was ist Eigenkapital überhaupt? Und dann gehen wir später in Details über und gucken uns dann nochmal an, welche Differenzierung es nochmal da gibt. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Eigenkapital. Und grob definiert ist es letztendlich das Kapital, das dem Unternehmen gehört. Das heißt, das Unternehmen hat verschiedene Geldquellen sozusagen. Meistens jedenfalls. Meistens bezieht das Unternehmen nämlich durch Kredite zum Beispiel neues Geld, was es für Investitionen braucht. Und dagegen hat man das Eigenkapital. Das ist das Geld, was in dem Unternehmen selbst vorhanden ist, weil es zum Beispiel durch Gewinne erwirtschaftet wurde oder weil ein Investor zum Beispiel Geld in das Unternehmen reingebracht hat. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das hier differenziert. Welche Geldquellen liegen vor? Und dieses Eigenkapital eben eine der wichtigsten Geldquellen, weil es eben Kapital ist, was dem Unternehmen konkret gehört, wo es keine Steuern zum Beispiel mehr drauf hat, keine Zinsen mehr drauf zahlen muss. Das ist ganz wichtig, hier abzutrennen. Dementsprechend kann dieses Kapital natürlich auch eigens zur Finanzierung aufgebracht werden. Dementsprechend auch hinterlegt werden als sozusagen Vertrauensmasse, als Beweis, okay, wir haben Geld erwirtschaftet oder wir haben auch Geld, was wir selbst in die Unternehmung mit einbringen. Ganz wichtig zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einen Kredit mit einer Bank ausmacht, hier dann vorweisen zu können, dass sie auch selbst Geld in diese Finanzierung einbringt. Aber letztendlich lässt sich das auch auf den privaten Bereich übertragen, denn diese Finanzierung, die hier stattfindet, ist auch eine Finanzierung, die beispielsweise bei Häusern ganz häufig angewendet wird, dass man Eigenkapital mit einbringt. Das heißt, dass man eine gewisse Prozentzahl an dem Betrag, den man später ausgeschüttet bekommen möchte von der Bank, also an dem Kredit, den man später aufnehmen möchte, auch schon selbst sozusagen verfügbar hat, dementsprechend, dass man dieses Kapital dann einsetzen kann. Und ganz wichtig, das ist das Reihenvermögen eines Inhabers, Unternehmers. Dementsprechend sind davon alle Beträge schon abgegolten. Alles ist beigelegt worden und dementsprechend gehen da nicht noch zusätzliche Gebühren, Steuern, Abschreibungen oder auch Zinsen von ab. Das ist wirklich das Geld, was dem Inhaber oder dem Unternehmen oder eben auch zum Beispiel der Privatperson gehört. Und wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal ein bisschen unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt mal die Links in der Videobeschreibung auch checkt, unseren Kanal abonniert. Dann geht es auch direkt weiter mit den Details. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass diese Eigenkapitalquote bzw. Eigenkapital im Unternehmen durch privates Vermögen erhöht werden kann. Das heißt, ihr könnt konkret, oder Unternehmen können konkret durch Investoren, wie ich das gerade schon angesprochen habe, durch privates Vermögen, was dann investiert wird, ihre Eigenkapitalquote bzw. Eigenkapitalreserven steigern. Also ganz wichtig hier, dass privates Vermögen natürlich dazu führen kann, dass das Eigenkapital im Unternehmen plötzlich steigt. Aber das sei hier nur angemerkt. Außerdem können Rückstellungen so finanziert werden. Das heißt, man kann durch das Eigenkapital Geld zurücksetzen, es für schlechtere Zeiten aufbewahren bzw. auch für zukünftige Investitionen aufbereiten. Und es ergibt natürlich mit dem Fremdkapital, was ich gerade schon mal angesprochen habe, was zum Beispiel Kredite sein können, das Gesamtkapital. Das heißt, hier aus diesen beiden Kennziffern könnt ihr dann letztendlich summieren und fassen, wie viel Geld denn dem Unternehmen jetzt konkret zur Verfügung stellt oder wie viel der Einzelperson, der Privatperson nach einer Kreditaufnahme dann gesamtkapitalmäßig zusteht. Das ist eine ganz wichtige Kennziffer, die zum Beispiel für den Häuserbau, wie gerade schon angesprochen, sehr wichtig ist. Das soll es aber dann gewesen sein von diesem Video. Würde uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt ein Like da das. Gerne kommentieren, falls ihr noch weitere Video-Vorschläge habt. Und das soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao. Wie riskant ist es gerade, in dieses Unternehmen zu investieren? Und daran könnt ihr dann ableiten, ob es für euch das Risiko wert ist, den bestimmten Betrag zu investieren. Und hier nochmal die kurze Formel dafür. Letztendlich macht ihr das so, dass ihr das Eigenkapital durch das Gesamtkapital rechnet. Das rechnet ihr dann mal 100. Und dann habt ihr einen Prozentwert, also den anteiligen Wert, die Relation zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital. Dann würde ich sagen, war es das auch schon von dem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt würde ich sagen, schaut gerne noch in die anderen Videos vorbei. Das soll es gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Frage, was ist überhaupt das Fremdkapital? Und dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt ein Abo da lasst. Gerne auch in die Playlist für mehr Börsenwissen reinguckt. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Und heute soll es darum gehen, wir gucken uns erst die Definition von dem Fremdkapital an und gucken uns dann auch nochmal die Details an. Wie gesagt, zu allem anderen haben wir natürlich auch schon Videos gemacht. Guckt da gerne in die Videobeschreibung zu den Links. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt mit der Definition. Und letztendlich ist das Fremdkapital nichts anderes als das Kapital, das von außen zur Verfügung gestellt wird. Das lässt sich bereits an einem Namen ableiten. Das Fremdkapital wird letztendlich von Fremden zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel im Rahmen von Investitionen, im Rahmen von einem Kredit, der es ermöglicht, dem einzelnen Unternehmen dann mehr Geldkapazitäten bzw. monetäre Kapazitäten zu haben. Dabei ist es eine Möglichkeit, durch Anleihen oder Darlehen Geld zu bekommen. Das heißt, Fremdkapital ist letztendlich nichts anderes als die Möglichkeit, durch Anleihen oder eben auch eine Kreditaufnahme Geld in das Unternehmen einzuarbeiten. Und letztendlich wird es meistens befristet und rückzahlbar zur Verfügung gestellt. Das heißt, zum Beispiel ein Gläubiger wie eine Bank stellt dem Unternehmen einen Kredit aus, sagt aber natürlich, wir möchten das in 10 oder 20 oder 30 Jahren zurückgezahlt bekommen und ihr müsst die und die Zinsen dafür zahlen und dementsprechend diesen Betrag dann langfristig aufwenden. Das ist also die ganz wichtige Definition der Rückzahlbarkeit und der befristeten Zahlung von Krediten. Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das aber nur als kleine Werbung. Guckt gerne auf unseren YouTube-Kanal, abonniert den, gerne auch Spotify oder Instagram auschecken. Das würde ich sagen, geht aber direkt zu den Details über. Und letztendlich gehört Fremdkapital natürlich fremden Kapitalgebern. Dementsprechend wird fremdes Kapital in das Unternehmen eingelassen. Natürlich kommt damit auch meistens ein Mitbestimmungsrecht, was zum Beispiel Kreditgläubige haben, weil sie letztendlich ja Geld zur Verfügung stehen. Und dementsprechend bekommen sie meistens Einsicht in bestimmte Aktien, in bestimmte Werte, die natürlich dann wichtig sind, um zu beurteilen zu können, ob das Unternehmen langfristig diesen Kredit überhaupt zurückzahlen kann. Dementsprechend wird es auch häufig für Investitionen genutzt, von ganz vielen Unternehmen auch einfach aufgenommen. Gerade in Zeiten, wo der allgemeine Zinssatz sehr niedrig ist, lohnt es sich meistens mehr, Kredite aufzunehmen, als jetzt konkret Investitionen aus dem Eigenkapital anzustellen. Und letztendlich kann man es mit dem Eigenkapital verrechnen. Zum Eigenkapital haben wir natürlich auch schon ein Video, wir machen da gerne rein. Ihr könnt das Eigenkapital mit dem Fremdkapital verrechnen, dann ergibt dies das Gesamtkapital. Also hier nochmal zwei wichtige Kennziffern, die dann mit dem Fremdkapital zusammen das Gesamtkapital ergeben und dementsprechend eine wichtige Kennziffer für jeden Investor an der Börse, aber auch für viele Kreditinstitute zum Beispiel ist. Vielen Dank fürs Zugucken, das soll es nämlich jetzt gewesen sein, von diesem kleinen Video von uns, von selbst orientiert. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt ein Like da lasst, gerne unseren Kanal abonniert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von selbst orientiert. Heute gucken wir uns mal die Frage an, was ist überhaupt die Eigenkapitalrendite. Dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal weiterhin unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gerne auch einfach in die Playlist rund ums Börsenwissen reingucken und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Definition. Was ist denn diese Eigenkapitalrendite überhaupt? Und letztendlich ist es die Verhältnis, also die Instandsetzung, die Relation von EBIT zum Eigenkapital. Das heißt, ihr setzt hier zwei Kennziffern in Relation, die zusammengehören und erhaltet so die Eigenkapitalquote. Letztendlich ist es das Maß für einen effizienten Einsatz von Kapital der Aktionäre. Das heißt, Geld, was zur Verfügung gestellt wird, was sich im Eigenkapital wiederfindet, das wird dann im Verhältnis zu dem tatsächlich erwirtschafteten Gewinn, also Earnings before Interests and Taxes, was die EBIT-Kennziffer ja darstellt, wird das in den Verhältnis gesetzt und daraus lässt sich dann erachten, ob das Kapital der Aktionäre tatsächlich sinnvoll eingesetzt wurde. Letztendlich wird das Fremdkapital nicht mit einberechnen. Das heißt, hier ist es natürlich nur ganz wichtig, wie werden eigene Ressourcen, die dem Unternehmen selbst zur Verfügung stehen, eben nicht durch Kredite oder andere finanzielle Möglichkeiten, sondern wirklich nur die eigens erwirtschaftet worden, wie wird das alles benutzt und wie wird das in Verhältnis gesetzt, wie wird das effizient verteilt. Und dementsprechend würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal weiterhin abonniert und gerne auch auf Spotify oder auf Instagram vorbeischaut. Jetzt würde ich sagen, geht es aber schnell weiter mit den Details. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Rentabilität möglichst hoch sein sollte. Das heißt, da man daran natürlich ablesen kann, wie gut ein Unternehmen wirtschaftet, wie gut ein Unternehmen mit dem zur Verfügung stellenden Geld arbeitet, sollte man natürlich hier eine möglichst hohe Kennziffer haben, damit letztendlich eine maximale Rentabilität zur Verfügung steht, damit es interessant für den Investor wird, eine ganz wichtige Kennziffer. Die Berechnung erfolgt dann auch mit der tatsächlichen Verzinsung und letztendlich hier nochmal die Weise, wie man das Ganze berechnet. Letztendlich könnt ihr das Ganze ganz einfach berechnen, indem ihr EBIT durch Eigenkapital errechnet. Das heißt, ihr setzt den Gewinn in Relation zum Eigenkapital und erhaltet so die Eigenkapitalrenditequote. Also eine ganz einfache Rechnung, die es euch ermöglicht, eine wichtige Kennziffer der BWL bzw. des Börsenwissens zu erwirtschaften. Und damit soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.